ACT 2 Hello Hello You're not from here Wow You look just like Fred But smaller And with less hair on your face She knew Fred I told her that he was my uncle And that I was looking for him What's an uncle? I said that he was She That I had known him all my life Really? Me too I'll help you find him I'm Madeline The others call me Mad Maddie Sometimes I don't know why really But you can call me Maddie You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square I'll show you around I bet you can get there easily with your suit thing So I'll see you there I couldn't believe it An underground village Inhabited by Frog people Or more like Salamanders Either way They walked like humans Talked like humans How is that possible? Und landen? Nein! Knapp da! Nimm! Ich hab den einen Stein einfach ignoriert Huh Man kann auch so ein bisschen in der Luft navigieren Das ist ganz cool Dadurch kannst du So ein bisschen an den Steinen vorbeigleiten Aber das wird uns später noch ein bisschen häufiger auffallen Huh Na ja, erst aufladen, dann rennen und springen Tadaaa 10 Punkte, dann noch Hey! Das ist ein Kinderspielplatz, findest du nicht? Okay Und vor allen Dingen, die steht ja immer noch hier, ich dachte ich will dem Bescheid sagen gehen Okay, tun wir mal so, als würde ich das Village nicht kennen Okay Naja Okay Boah, was soll ich dachte hier? Keine Interaktion hier Auch keine Interaktion hier Absolut Trotzdem, keine Interaktion Was ist das für ein Village? Keine Interaktion Ich kann mit nichts reden Ich fühle mich wie in einer Linearen Storyline Fuck Fuck Naja, der kleine hier gehört aber nach Area 51 Ich meine den Headshot gesehen Hm Nee Arme Kinder Kriegen nicht mal richtige Stücke Die machen ja gar nicht Ja Das schaut aus Möhren werden ja angebaut und was ist das? Ananas? Das ist schon doof, irgendwie als gelernter Koch diese Pflanze nicht zu erkennen. Also könnte junger Ananas sein, ich bin da jetzt nicht ganz sicher. Naja, wenn einer von euch ne Idee hat, darf er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht weiß ja einer, was das jetzt hier so für ne Pflanze sein soll. Ich mein, ich verarbeite Produkte ja auch nur, wenn man sie in die Finger kriecht und nicht von der Pflanze ab. Obgleich mein Opa einen großen Garten hat, ist das nicht wirklich die Art Pflanze, die ich häufig sehe. Okay, das sieht hoch aus, da will ich hoch. Das sieht geil aus, da möchte ich unbedingt hoch. Ich mein, okay, ich weiß, dass da oben was Geheimes ist, aber ich will da unbedingt hoch. Ja. 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 Ich merke schon, ich kraxel mich da wie beim letzten Mal auch. Anders geht es noch mal nicht. Tatsächlich haben wir jetzt noch ein bis zwei Bases vor uns. Ja, wir müssen die Beschleunigung ausnutzen, hier um hochziehen kriegen. Was? Ah, an der Kalten hängen geblieben. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Wir müssen noch einen Punkt erreichen, das war hier. Ich bin schon wieder irgendwo hängen geblieben. Hey, geil! In einem Satz! In einem Satz habe ich ein Ding zurückgekriegt! Und da war noch so ein Teil. Lassen wir mal die Aussicht ein wenig genießen. Sieht schon ziemlich krass aus hier, ne? Bis da vorne rein. Da unten müssen wir noch hin. Ich werde mich jetzt einfach mal da vorne an den Dinger dran hangen. Mal gucken, was passiert. So, wir müssen noch da vorne erstmal. Und hier hat mein Onkel gewohnt. Ankel Fred. Ich bin schon seitdem. Für wie lange hat Fred been gone? Ich bin nicht sicher. Ein paar Monate, ich denke. Less als eine halbe Jahre, für sicher. Ich erinnere mich mit ihm mit dem Sommer. Aber als ich den Tagen in seinem Journalen und von dem ich ihn zulke, es nicht machte Sinn. Maddy sagte, dass sie ihn all ihre Leben kennengelernt hat. Vielleicht hat sie das figuratively gesagt. Figur... Wie, sie das nicht wirklich bedeutet. Wie, wenn du sagst, dass du sterben, wenn du keine Puppe für deinen Geburtstag bekommst. Das ist wahr, aber. Ich bin sorry. Natürlich ist es. Hm, warum gibt's hier noch mal nicht für so viel? Ich weiß aber nicht, wie ich da raufkomme. Frag mich nicht. Naja, ich hab keine andere Wahl als diesen da. Weil ich kann. Nee. Wo? Das wusste ich noch nicht. Das ist mir neu. Ich weiß nicht. Was er noch nicht mit ihm ist? Nein. Nein, nicht das ich wissen. Er war allein. Er war nicht wirklich viel Zeit für seine Familie, ich glaube. Er war immer wieder, oder mit seinen Inventionsnissen. Er war immer wieder für Monate. Er war immer wieder, für Monate zu sein. Ich wusste nicht, wie ich ihn wieder wiedersehen würde. Ich denke, dass er sich nicht so fühlt, dann? Ich denke, er war zu zu viel in seinen Projekten, zu fühlen. Es scheint, er hat sich auch noch neue Freunde in der Stadt gefunden. Maddy seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. You can see, I can't be surprised here. So, let's go on the way. We don't need that. I don't know how the others will be able to do it, but... That was a fail. I had to land there. Bye. Oh? Hehehehe. S1. Puff. Hello. Puff. Hello. Puff. Puff. Puff me. Puff. Ein Freund in unseren Hallen. Willkommen. Unsere Name ist Samuel und wir werden unser Bestes machen, um dich zu unterstützen. Bitte erzähl uns, was dich hier bringt. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich für meinen Tiefen Fred schaue. Wir sollten helfen. Du weißt, wo er ist? Er hat uns ohne eine Worte verlassen. Wenn du ihn erwartest, können wir mit dir eine Schöne Schöne Schöne, eine Powercore. Fred benutzt ihr Kind, um seine Schöne zu erzeugen. Du kannst ihn haben. Du weißt, dass wir uns für Fred zu haben. Der Schöne Schöne? Schöne! Madeline, das war nicht notwendig. Deine Hilfe wird nicht notwendig. Der Schöne Schöne ist nicht für dich zu haben. Was? Ich wollte Hilfe finden Fred. Warum nicht ich? Bitte, Madeline, das ist unmöglich. None von uns können wir in die Schöne. Es ist zu gefährlich. Was ist gefährlich? Wenn Fred kann es tun, so kann ich. Ich sage das für deine eigene Schutz, Madeline. Du bist von in die Schöne. Du bist von in die Schöne. Das bedeutet nicht, dass ich bin. Ich bin nichts wie du. Ich werde nie sein. Ich werde nie sein. Wir entschuldigen. Es ist wahr, dass wir sie sicher sind. Aber sie versteht nicht. Behind uns ist die Powercore. Take it. Und in die Schöne. Find Fred. Und wenn du siehst Madeline, take care of sie. Hey, hey. Be safe. Hm. Whatever. Neue Zigarette für mich. By the way, ich rauch definitiv viel zu viel. Hukas. Los geht's. Powercore Nummer 3. Der letzte seiner Art. Und ich werde ihn benutzen. Ich könnte entweder die Welt vor dem Bösen retten. Oder... Ah, mal einen kräftigen Zug aus dem Ziel. Ach, ne ist okay. Moment. Wasser. Kann ich da rein? Oh? Aber ein Wasser stehen kann? Wie cool. Vielleicht sind hier noch so kräftige Reimlinge. Da oben vielleicht. Kann man landen? Ah, dann kann man landen. Naja. Versuch's macht los, ne? So genau hatte ich das von erstmal natürlich nicht untertitelt. Ich fühlte mich ein bisschen nicht einfach, um zu den Chasmen zu gehen. Wenn es für Maddie zu gefährlich wäre, wäre es für mich sicher genug genug. Nummer 2. Und nun... Nummer 3. Haha. Full Power Achievement. Puff. Das geht noch alles relativ easy. Ups. Und zack. Hört ihr das? Ah. Den habe ich noch gar nicht gefunden. Und dann ist das nicht so gut. Und dann ist das nicht so gut. Und dann schauke. Und dann aber das zu einfach. Machen wir schon ein bisschen. Ach ja, das hat das mir geht. Aber er hat ja nicht so gut gemacht. Und dann ist das schon weg. Das macht das zu mir. Hier ist auch wieder einer, so gut, da, da! Vielleicht hätte ich den da zuerst anrapschen sollen. Was? Häää. Was? Haaa! Geschafft! Geschafft!